Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schicken! Es fehlt, es ist unumsticht! Wir werden durchhalten! Wir müssen Verhandlungen aufnehmen! Ich wiederhole, meine Herren! Eine Kapitulation unterschreibe ich niemals! Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marshal Schukow auf! An Marshal Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn! Wir müssen die Stadt den Russen übergeben! Dann muss ich Sie erschießen! Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Nachdem die Stadt den Russen übersetzt. Ich bin damit, keine Zustand vom Hasil zu nehmen. Ich bin damit, keine Stifte verbietet! Jetzt können Sie diese Stadt den Russen übergeben. Wir werden, nicht zu übernehmen, eine Europäule ber pipes. Du bist zu einem Menschen, den Menschen! Wie kannst du deine Stadt sagen? Wollt? Also, im Moment. Wir werden, bis zu einem Menschen. Wir werden, nicht zuedigen, die Stadt ausprobieren! Untertitelung des ZDF, 2020